Ich bin's Taurus Linz und ich werde jetzt mit euch einen ganzen, also fast einen ganzen, es fehlen nur mehr zwei dann später, einen fast vollständigen Pass Royale öffnen. Let's go! Okay, oh, die Belohnungen, die zahlen sich wirklich auch. Ich habe jetzt so einen Google Play Gutschein bekommen. Und ja, das sind hier voll die Joker-Oha. Ein Universalbuch. Muss ich kurz fotografieren, muss es dann meinem Freund schicken. Videoaufnahme, ja. Ein Universalbuch. Boah! Okay, und jetzt noch da 20 seltener Joker, das geht so ziemlich epische. Eine seltene Tauschmarke ist wichtig für mich. Und ein neuer Turmskin. Let's go Arena! Okay. Dann holen wir uns hier nochmal 10.000 Munzen. Nochmal hier 100.000. Also nein, ich meine 100. Okay, das nehmen wir noch nicht an. Ich werde jetzt da mal eine Karte verbessern damit. Okay, welche epische Karte wollen wir verbessern? Okay, wir machen das nochmal so. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Beste, aber ich will's machen. Ich will's machen. Okay, das Universalbuch verwenden wir auf keinen Fall. Das hebe ich mir noch auf. Und jetzt machen wir hier noch eine Witchy Bitchy. Aber nehmen wir von Deck 1. Ja. Ich kann mich da selbst gar nicht auswischen. Da ist die Hexe. Nachdem ich ja jetzt viel Geld habe, verbessern wir die Hexe auch auf Level 11. Und das werden wir auf Screenshoten. Hehehe. Und dann gehen wir wieder in den Pass und holen uns die Trinklössler auf. Hier nochmal was. Und hier nochmal 10 Elfische. Das ist so gut. Okay, eine epische Tauschmarke. Davon habe ich noch immer 2. Jetzt habe ich wieder 3. Oder ich habe jetzt wieder 4. Ich weiß es gerade noch. Und hier ein neuer Emote. Muss ich natürlich alles screenshoten. Das ist sehr geil. Und dann hier nochmal 10.000. Oha. Es zahlt sich halt richtig aus, Leute. Mach das sofort, wenn ihr schon eine 25 Euro Google Play Karte habt. Dort könnt ihr euch 5 Mark kaufen. Ich empfehle es. Ich empfehle es so sehr. Ihr seht es. Es ist der Wahnsinn. Wir müssen jetzt wieder was verbessern. So. Neue Emotes. Okay, was nehmen wir hier wieder? Ja. Nach Seltenheit nehme ich mal. Nach Seltenheit absteigend. Und jetzt nehmen wir Watt. Nö, 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 nö. Na, ich will schon irgendwas auf Level 11 kriegen. Wir machen es. Und jetzt nochmal einfordern. Eine legendäre Tauschmarke. Sehr geil. Oh ja, boah. Was ist da jetzt mit dem WLAN? Egal. Wir haben hier noch eine magische Münze. Ich muss alles screenshotten. Ich freue mich gerade so sehr über diesen Pass. Okay, hier noch einen. Okay, das hier haben wir noch nicht. Aber das ist übelst geil. Und jetzt machen wir das mit dem Päcker, Leute. Ihr seht es. Der Päcker, der wird jetzt abgegradet. Und jetzt haben wir einen Elferpäcker. Der Päcker. Der Päcker. Der Päcker. Der Päcker. Ich weiß nicht, wann ihr dieses. Ihr seht das Video. Aber ja. Da habe ich diese alten Karten noch nicht. Und der Klan ist extrem empfehlenswert. Hier Karten spenden. Könnt ihr immer machen. Wann ihr wollt. Wie ihr wollt. Ja. Machen wir mal das. Ich brauche sonst nichts. Ich tue das einfach nur mal rein. Und jetzt können wir auch Karten tauschen, Leute. Ihr seht es. Jetzt machen. Ich brauche den Eismagier. Nein, das ist kein fairer Tausch. Ich will gerne eine. Inferno, ja. Und dann schreiben wir hier rein. Please. Egal. Ich habe falsch geschrieben. Aber geil. Hier Karten spenden. Ich habe immer schon gespendet. Ihr seht es. Bis. Und dann würde ich sagen. War es das auch noch mit dem Video. Es lohnt sich. Macht ein Pass Royale an. Und dann würde ich sagen. Ciao.